war muss es mein mann dran herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich bin euer kebige und herzlich willkommen zum großen preis von abu dhabi der serie a der german nation league der letztjährigen saison ja vom letzten spiel und ja das große finale ich habe ich lange vorenthalten nun ist es soweit ich habe es nicht geschafft das video zusammen zu schneiden noch mit dem alten ja mit dem alten modus mit der mit der webcam und mache ich ja dieses noch nicht mehr und ja ein letztes mal könnte dann noch mal mein gesicht während eines rennes betrachten ja ich möchte nur anmerken es war heiß an dem tag und in der nacht deswegen trage ich auch kein t shirt die panamnütze war warm genug und ja wenn euch das video gefällt lasst ein like lasst ein abo da und ich wünsche euch viel spaß mit dem video so Ah, zu weit. Das ist ja, bin ich hingekommen, bejammt. Ich bin stark geflogen. Ich habe eine Linie auch. Perfekt hingestellt. Sehr kleiner Vorteil verschaffen. Viel Spaß, viel Glück, Jungs. Kiwige gibt alles. Auf Sieg. Ich bin stark geflogen. dann Entschuldigung, hat man Mike ausgemacht zwischendurch Kein Problem Subute Subute Einfisch Abonniere Buss Abonnieren Spannende Zutaten Zitzen Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Leitleitung will das Safety-Kam nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Okay, wievierter bist du? Letzt vierter. Ne, 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 ne. Fick dich. Warum? Und jetzt? Für was? So nichts passiert. Das ist perfekt gelaufen, wir sind stolz auf dich und die Crew. Wolle in der Box überholt, besser geht's nicht. Geht sich Start aus, dann bleib ich rechts. Du musst kurz lupfen. Ja, fahr. Ja. 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 Wie, wie mal am Ur sprach ich das jetzt, das Safety-Kam? Das war offen. Ja. Ja, ich fuhre jetzt von der Strecke. Ja. Ja. Ja, ich fahr. Ja. Ja. Galle ist weg Galle ist weg Du es nicht, du es nicht, genau deswegen, es war mir zu 100% klar, dass der den jetzt da abräumt. Das war klar nach der letzten Kurve. Ja Leute, das war der große Preis von Abu Dhabi der letzten Saison. Und wie ihr seht, zweiter Platz, ich war zufrieden, Podium zum Abschluss in meinem letzten Rennen für Mercedes und ja, auf 5 und ja, das war es mit dem Video, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht später kam, und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020